ja liebe leute ein herzliches willkommen zurück zu let's play spongebob battle vor bikini bottom schön dass wir am startzeit heute und ja was machen wir heute ich weiß es herzlich willkommen wir sind unterwegs auf der playstation 5 wird seit lange das heißt lange aber dieses erste mal bei den anderen sind wir schon mittlerweile umgestiegen was haben wir in der letzten folge gemacht ja wir haben tatsächlich uns letzte mal präseitum vergnügt und ich glaube das ding hier ist frei herr das war frei genau und das heißt wir machen da auch mehr oder weniger jetzt ein bisschen weiter die gold hotel was sind rum lassen wir da wie flammen überhaupt an uns gucken 17 aber so viel haben wir gar nicht aber wir haben noch mehr als genug blümchen um vielleicht sogar noch zu bestechen oder was haben wir denn noch mal haben irgendwas mit 20 wo wir jetzt gerade sagen und hier sind 30 ich weiß nicht dass ich nicht weiter kommen laguna mal abgearbeitet die jellyfish fields haben wir abgearbeitet sind wir hier dran was ist denn das hier hinten das ist die seenstatt da heute mal laguna und laguna gemacht ich bin gerade nicht so sicher ich glaube die jenstatt haben wir gemacht und jellyfish fields ich glaube wir haben noch wir haben noch die laguna noch offen wieder gut aber noch gar nicht gemacht dann machen wir das jetzt die laguna noch gar nicht gemacht meines ist es dann machen wir das jetzt und da gehen wir heute in der guna zumindest in dieser aufnahme session werde weniger so wo kann ich kann mich nicht halten dass wir hier waren also müssen wir hier los ja 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 ich bin nicht so schnell zum lesen mit dem blauen schlag kannst du objekte bewegen der schütte die pfeffer und drücke drei kommen die plattform umzudrehen okay machen wir das doch mal das schlag und der platz und schlag jetzt noch mal ich habe noch mal die klare würde mal der platz und schlag es ist schon etwas länger her dass ich aufgenommen habe muss man so sagen das habe auch gemacht nur dass ich das das ihr das bescheid wissen dass it auf dieser roboter heißt mir und da war sein blitzangriff auf ich ziehe da kann ich aber nicht immer die roboter also das ist das was wir schon mal hatten dann kriegst du irgendwie erwischt erst bisschen roh genau ich möchte mich zu erinnern dass das mit dem blasen schlag nur geht wenn da am boden für dinge die am boden sind so um ist richtig oder frische box warte mal kurz mit da unten ist auch noch einer frisch wie eine frühlingsbrinse das hat doch irgendeinen haken kann ich nicht ich darf doch nicht ran ich kann doch nicht ziehen gekocht würde ich sagen du bist schon etwas rot ja ein großer roboter hat an die sonnencreme geklaut nein jetzt bekommen alle einen sonnenbrand und dann fällt sich ihre haut genau ohne sonnencreme kann man keinen tag am strand verbringen die sonne ist viel zu heiß der roboter ist draußen auf der insel da kommt keiner hin spongebob vielleicht kannst du diese sonnenreflektoren benutzen um das sonnenlicht auf den roboter zu lenken das sind sonnenreflektoren wenn du einen der schalter an den strandwärter häuschen triffst dreht sich der reflektor verbindest du alle häuschen dann strahlt das licht geradewegs zum großen reflektor auf der insel dann musst du nur noch zur insel schwimmen und den großen reflektor auf den roboter ausrichten ich bleib hier und pass auf die strand mieten auf aber ich kann nicht schwimmen das muss man gerade sagen wir können auch nicht schwimmen na denn manchmal ist es total befriedigend einfach einen knopf zu drücken drück 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 dr Blöde Frage, nächste Frage, sehe ich das irgendwie, wie ich das alles ausk- Ist noch einer zum Drücken? Ich mach jetzt einfach mal! So Boah, gerade so noch Oh Mein Gott Ich muss bis jetzt hier lernen Ich würde mich Blümchen mitnehmen Brauche ich mich Blümchen, Blümchen, Blümchen So So Du gehst zum Lesen Sehen Sie langsam von Pi aus auf der anderen Seite der Meereshöhle aus? Ähm, okay Wäre zu einfach, hä? Das wäre ein bisschen zu einfach, aber Alle meine Ei, ei, ei Dann ist da irgendwo eine Maschine, wollte ich sagen Ich wollte grad sagen, dann ist da irgendwo eine Maschine Ah, hier ist ein Reflektor Ah, hier ist ein Reflektor Ah, hier ist ein Reflektor, okay Hier ist ein Reflektor, okay, warte mal Oh, da oben auch Und der zeigt mir gerade an, wenn ich drehe So Dann drehe ich den da hinten auch nochmal schnell Hier kann ich noch einen Charakter wechseln Schau mal Ist hier noch ein Reflektor oder was? Ne Schau mal Theoretisch ist hier aber einer Checkpoint Okay, das ist jetzt eine Million wichtig, okay Gut, die Maschine ist eh weg Eieieiei Eieieiei Er hat doch zu Oh, Arsch Okay Gedreht, gedreht, gedreht Kriege ich den nochmal irgendwie Ne, den kriege ich nicht gedreht, okay Ich überlege grad Wo muss ich hin, hat er gesagt Auf diese Insel dahin, wo die ganzen Kisten stehen oder was? Kann ich da irgendwie hoch springen? Nein! Muss ich mir raten, ich muss ja die Schalter Kann ich hier mit dem Laden links machen? Quatsch, brauche ich doch nicht Ne, wisst ihr was wir machen müssen? Jetzt fällt mir gerade ein, das macht natürlich total Sinn mit der Bushaltestelle dort Warte mal, wo sind die Ich kann nämlich den Charakter wechseln Ich kann ja auf wahrscheinlich Patrick wechseln Und wir können das Ding ja Warte mal, wo ist die Bushaltestelle jetzt hier? Das macht ja irgendwie total Sinn, da vorne ist er Klar, natürlich Auf Patrick zu wechseln und ähm Wir brauchen nämlich die Luftballons Natürlich, klar Warte mal kurz Also ich soll ja laut dem Definition da unten 5 Luftballons mitnehmen Wir haben aber noch einen neben Und kippt mir gerade auf Ich soll schon mal leben So, aufnehmen Und erwischt Warte mal, ach verdammt Ähm Warte mal Wie viele davon muss ich denn tragen? Super 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 Na komm Boah, kann man aber wirklich auf dem allerletzten Drücker Ja Ja, Glück gehabt Ja, komm rüber Hörst mich die Socke Ich kenne Nein 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 Das ist blöd Du bist Du bist Du hast einen kleinen dicken Fehler drin Und du bist raus aus der Nummer Es war nicht mehr so viel Fehler Fehler Also viel Weg Fehler, also viel Weg Ah, super Juhu, los geht's Ich will die Socke haben Ich will die Socke haben Oh Gott Ach, da unten sind noch Ballons Okay Oh 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 Nein Nein, 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 das ist viel Ich meine, ich muss mich jetzt ewig mit diesem Socke aufhalten, aber Wir müssen ja links drehen So schwer ist es, so einfach ist es gar nicht, ne? Ich warte durch Ich warte durch Ich warte durch Ich warte durch Manchmal wird es einfach zu viel dann noch Wir versuchen es jetzt noch einmal Und dann machen wir weiter sonst Dann schaue ich auf die Socke So, der ist raus Den schaffe ich doch relativ easy So, der ist auch durch So, wo wolltest du jetzt hin und da lang? Nee, ist egal, komm, scheiß auf Ähm Machen wir mal die Busshalle Schille Warte, was sind die Busshalle Schille? Warte, was sind die Busshalle Schille? Es war mal ein Versuch, wer Ja, ich hätte jetzt die Socke haben können, aber Gut, egal Ich warte jetzt mit Spudgy Ich frage, müssen wir jetzt sein Müssen wir da rüber? Ja, nicht, ne? Oh nein Die Ballons der Kinder sind zu voll gemacht worden Sie tragen die Kinder davon Ich weiß nicht, Mrs. Puff Ich finde, es sieht aus Ja, zu viel Spaß, wenn du mich fragst Mh Deswegen erst hier mit den 5 Ballons Kannst du Kinder retten, indem du die Ballons durch Blasenschläge platzen lässt Zerstöre alle Ballons mit Blasenschlägen? Dann gebe ich dir eine Belohnung Wird erledigt, Mrs. Puff Okay Ich hole mir jetzt mal kurz hier die frische Wuchs Und hinten ist noch eine Blume Okay Ah, Blasenschläge 1 und 5 So Sind jetzt Wie viele Ballons haben wir da hinten? Haben wir noch mehr, ne? Können wir da hoch überhaupt? Den kann man nicht Aber ich muss ja da irgendwie rüber, oder nicht? Aua Sobald wir in Wasser kommen, dann wollen wir wieder hoch Warte mal Warte Frisch wie eine Frühminschläge Ah Oh Ah Ah Hä Oh Ah Alter Ah Oh Na mit dem blauen kann ich nicht so toll ziehen haben wir jetzt alles rückgängig haben jetzt alles rückgängig gemacht bekommen scheinbar doch nichts über den geruch von seifenblasen haben wir jetzt echt das haben die untertitelt das ding zurückgesetzt bin ich jetzt gerade bin ich jetzt bin ich jetzt wirklich raus dass der nummer dass ich das dass er mir tatsächlich komplett anders rückgängig nicht ich muss mich jetzt konnte nur mit den orientieren er geht jetzt da hinten auf die so war der jetzt da drauf steht geht er jetzt ja natürlich auf die oder macht du bist jetzt da hin kann ich den noch mal drehen kann ich hier nicht zu dir ich kann hier nicht zu demsel drehen war das jetzt auch rüber auf den ich muss mich gerade mal ganz kurz über einen überblick verschaffen ich muss ja das verdingen hier quasi mal weniger darauf drehen so kann ich ja so der dreht sich jetzt darüber so ist es da lang du bist du da lang das heißt ich drehe jetzt mehr oder weniger den hier noch mal durch oder ist das richtig warte mal du musst in die andere richtung drehen warte mal ah warte mal kann ich den nicht drehen der muss jetzt der ist jetzt rau der kann ich wieder zurück warte mal okay du solltest eigentlich warte mal du bist zu viel du kriegst zwei stück ab aber du brauchst nicht zwei stück das ist das halt warte mal ah wer war das ist das jetzt warte du gehst jetzt ein wenig ans Wasser ne eigentlich müsstest du dich drehen und darüber gehen kann ich dich nochmal so ein bisschen drehen ja 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 so du gehst jetzt ins Wasser du musst aber eigentlich weniger darüber rüber du musst nee so du bist ja da komplett rüber oh jetzt nicht unbedingt Und da irgendwas Sonnigdickes auf die Kiste hier? Gar nicht, ne? Warte, dann kann ich den hier nicht drehen. Doch. Ja, warte mal. Super, ich weiß nicht, ob ich im Kreis oder nicht. So. So, du läufst da jetzt hoch, du läufst jetzt da lang. Du läufst jetzt da lang. Eigentlich müsste ich jetzt gucken, kann ich den da hinten nicht so drehen, dass der auf die Insel geht? Kriege ich das nicht hin? Oh, das ist komplett falsch. Nee, du gehst unten auf das Ding. Nee, das ist das Schwachsinn. Okay. Kann man zurückdrehen? Das muss ja da hinten, der da... Alter! Theoretisch ist das kein Problem. Warte mal. Der, der, der... Komm mal, komm mal. Flug ist ja... Wie drehst du dich, wenn ich dich umdrehe? Da unten hin. Warte, jetzt müsste ich... Pass ich nicht da hinten auf die Insel jetzt drauf? Wie komme ich denn da jetzt auf die Insel drauf? Flug ist jetzt gerade drauf. Rein theoretisch. Flug ist ja zwei Stück jetzt auf einmal, ne? Wie kann ich dich drehen? Kann ich dich jetzt drehen irgendwie, dass du... woanders hingehst? Du bist natürlich voll auf dem Boden, ja, oder was? Ja. Wie komme ich da hin? Das ist die große Frage. Aber die Dinger nicht, ne? Da komme ich nur zu der Box. Aber ich bin so... Ja, ja, schon klar. Aber das ist jetzt erstmal relevant. Wie komme ich da rüber? Ja. Das ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Aber ich muss das Ding ja so stellen, dass der auf die Kiste geht. Ich muss ja, muss ich da jetzt echt rüber rennen, oder was? Aber du gehst ja... Darüber. Aber wie krieg ich denn? Ich krieg doch nicht dicht gedreht jetzt, oder was? So, ich drehe ich mal. Aber du gehst wahrscheinlich auch komplett in den... Irgendwo in den Gründen, ne? Natürlich. Aber wie? Ich soll doch das Ding so stellen... Ja, wie krieg ich denn? Ja, natürlich. Ja. Warte. Jetzt habe ich das Problem, dass ich da jetzt... Ja, jetzt erstmal das Ding mal raus hier. Klappe. 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 So, jetzt muss ich raten. Ist das Ding jetzt alles wieder zurückgesetzt, oder was? Ne, ist es nicht. Oder was? So, jetzt. Au. Klappe. Ja, wie krieg ich schon irgendwo unter... Frische Unterhose krieg ich schon irgendwo, ja. Aua. Da muss ich euch die Witze. Ich muss ja jetzt zumindest das Puff drüber. Ja, warte mal. Mal was anderes. So, eigentlich wollte ich mich jetzt nicht mehr lange mit dem Ding aufhalten, weil ich müsste ja jetzt wieder weniger nochmal rüber. So, ich gucke, dass ich jetzt noch rüberkomme. Das ist jetzt Maschinen, oder was? Nein. 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 Klappe. Ähm. Klappe. Ähm. Klappe jetzt. Mein Gott. Dann ist da irgendwo eine Maschine da oben. Da oben ist er. Okay, verstanden. Ich schalte jetzt mal die Maschine auf, sonst gehen mir die nämlich hier... Irgendwie gehen jetzt die Feinde ein bisschen auf den Sinkel. Aber ich muss ja erstmal da hoch. Das ist das Problem in der Woche. Du hast mich natürlich jetzt getötet. In der nächsten Folge probieren wir es nochmal.